Ah, die alle weggebastelt haben wir euch. Ich kenne das gar nicht mit hinten, dass wir jetzt schon achtmal sind. Ja, was? 2-0, easy, easy. Easy, Junge, du hast überhaupt nichts gemacht, du hast nur im Tunnel gekämmt, Alter, ich kenn dich doch. Wer hat hier 15 Punkte? Ja, ich, weil ich Skill-Up. Ja, hoff das Ding, der Tunnel ist in der Lage, hoff das Ding, heute nicht. Ghm, Kammerjäger, Jügo, was war, was los, mit D.O. Schluck scrolling, 17 Mal. da das wird die DAS oder mit sie nicht genommen das sollt so schuld ja was für einen Dummer, dummer Spast. Alter, den haben wir auch schon. Digga, was ist mit euch? Nice teaming, würde ich sagen. Nice teaming und ihr habt nur so Hacker-Nub-Spacken. Ihr habt alle an. Ihr habt alle an. Alle, sogar du, ey. Genira! Ja, mehr. Alter. Ja, 54 Punkte, Digga. Leck meinen Jägern. Alter, nur 60, was geht? Ja, weil du schon so viele Punkte hast, kriegst du immer weniger. Hä? Ja, war bei Dark Mania früher auch so, Digga. Irgendwann hatte man schon so richtig viele Punkte, ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich schon hatte. Und dann hat man immer noch so, so, so... Also meistens hab ich da wirklich null Punkte bekommen. Du hast dann nur, wenn du auf bestimmten Rank-Servern gespielt hast, die quasi höher gestellt waren, hast du dann mal ein paar Punkte bekommen. Aber sonst, auf so normalen Servern, wo jeder drauf spielen kann, hast du immer null Punkte bekommen. Egal, welcher Platz du warst. Ja, uhrarsch, doch geil! Boah, Digga, wir sind wiedergegen. Ja, das ist richtig, das ist, das ist richtig verkackt, kacke hier. Ja, genau, ich krein nach vorne, um anzugreifen, dann müssen wir verteidigen. Und dann ist hier wieder so eine Olle, für die es null Punkte gibt, ey, wie die mich auffregt, ne? Wie ihr mich auffregt, einfach. Haben die sogar noch so drei... Ja, ja! Haben die sogar noch so unnötige drei Leben, ey? Wetten, die fickt mich gleich noch? Wetten, wetten! Wusste ich's doch, Alter, Junge, was ist das? Ich glaub, das ist immer auch ein Anfänger am 5.3. Ja, das ist total gay. Das ist der größte Bullshit, den das... Das ist der größte Bullshit, Alter. Wollen wir deine Fresse halten, Digga? Ja, auch. Ach, ich schieß die ganze Zeit auf so eine Blaue, ey. Ich dachte, die wäre rot, ich bin so behindert. Fick dich, Alter! Richtig am Arschhahn lecken, ey. Ach, ii. Ich muss mich dazu wickeln und dran langziehen. Du wirst es ziehen. Ah, Digga. Ah, ich hab meine Nase, Alter. Was ist das? Ich ziehe der Hoden lang in die Länge ziehe. Der Hoden sitzt. Was? Digga, ich bin... Was ist der denn? Ja, laufe ich erstmal so instill in deinen Schuss rein, Alter, du hässlicher. Na klar! Ja, okay, lass uns. Ah, wie altruß. Immerhin. Alter, wie viel seid ihr denn? Wie viel Schwuchtel, ey! Ja, dann von hinten wie so eine Schwuchtel. Kommt immer von hinten rein, weil es vorne kein Loch gibt. So ist es. Und nicht anders. Na klar, was sind das für Opfer hier, ey. Nur so sch... Äh, da hätte ich schon fast fast das verbotene Wort gesagt, ey. Das verbotene Wort? Meinst du etwa Jedi-Ritter? Ja, du klar. Kartoffel-Chips. Kartoffel-Chips. Ja, Junge, was bist du eigentlich für ein Hacker-Quest? Hä? Hä? Alter, der, 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 der ist nicht mehr normal. Junge, hör mal auf mit dem Tisch, Alter! Ohne Witz! Übertreib's nicht, Alter! Nicht mal... Halt die Maul. Nicht mal ich rage so krass ab. Also... Mit zwei. Die Mann-Parte, ne? Die Mann-Parte. Alter, und dann krieg ich null Punkte. Treff die 900 Mal. Nee, ich überleb einfach. Ich hab Lifehack dran. Infinity Lifehack. Das ist der neue Hack hier auf dem Server. Das... Ding kenn doch nicht. Spur. Handgreifen, handgreifen. Alter, verfolge ich dich so? Kommen irgendwelche Lappen von deinem Team und so... Nee, Mama! Schieß mir den Schwanz rein. Dicke. Alter, wieder was für Verpacken? Nein, 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 nein. Ich bin so am Battlefield drücken. Okay, ich bin zu Hause. U.K. Kannst du das? Ja. Hä? Da! Hüpft da wie so ein kleiner. Der ist doch für ein Arsch. Ja. Hüpft da wie so ein kleiner... Hattest du noch zwei Leben, du hässlicher? Ja, ich hab dreibein gemacht. Echt? In-Game oder real life? Ja! Kommt da wieder so Spasten! Ja, du auch noch, Alter! Du hässlicher Clan-Verräter! Clan in Anführungszeichen. Dann rennen wir die ganze Zeit so ein Noob hinterher. So Level 0. Mann, dann gibt er wieder 0 Punkte, der Lappen. Schieß dann so. Leck mir doch ein Jagger, leck mir doch ein Jagger, ey. Oh, 5 Punkte. Ja, das wäre gesagt, ne? Ja, das ist 2, 3. Alter, was? Was? Krieg dir auch 7,000, 7 Millionen Punkte. Ja, was ist das? Ja, GG. Ich würde sagen, wie viel seid ihr? Ich würde sagen, wie viel seid ihr? Ich würde sagen, wie viel seid ihr? Okay. Ja, sieben Punkte, Digga, was ist das für eine Runde gewesen, ey? Auch nicht viel besser. Vorführeffekt, man sieht ja auch, wie du spielst. Also man sieht halt nur deine Stats. Junge, hör mal auf! Ja, ich mach das aber nicht so oft wie du. Das ist halt lang, aber das ist jetzt mal vor drei Minuten, Digga. Gut, dass die Maus so robust und kaputt und alt ist. Ja, genau! Du hast doch an, Alter! Ich hab nur dieses... G-g-g-g-g... G-g-g... G-g-g... G-g! Ja, schock... Ohne Witze, das soll ich mehr feierlich sein! Ja, was? Was wagt jetzt denn so an einem Rang fest, dieser hässliche? Die kommen so rausgeschossen wie bei der Direktion, Alter. Jetzt kommt er runter in den Rutschen. Ich muss in den Muschi rein. Alter, guck dir den Noob da an. Digger, ich schwör, ein Punkt, was ist denn los, Alter? Was ist... Ein Punkt? Ja, ein Punkt hab ich. Oh, dann ist er da wieder. Nee. Aber mir leckt es aber auch ein bisschen wegen Fraps. Ja, jetzt kommt der Ausdruck. Ist das echt so? Alter, du scheiße. Was ist das denn für eine Flasche? Null. Was ist das für eine Flasche? Junge, gleich Alt-F4-Digger-Aufnahme vorbei. Ich hab keinen Bock mehr. Nach der Runde euch auch. Kommt da so ein Pro-Gamer wie ich von hinten und killt dich. Kannst du mal aufhören, immer auf mich zu gehen, Alter? Ja. Du bist so ein kleiner Häss... Du bist so ein Hässlicher? Nichts kannst du, Alter. Nichts kannst du, Alter. Hässlich sein, das... Hässlich... Hässlich sein kriegst du wohl noch hin, Alter. Ja, klar. Dieser Lied zählt, ey. Junge, ich schwör... Ich raste gleich richtig aus, Alter. Dieses Spiel... Ist das Größte... Ja, fickt euch! Das Gr... Irgendwann wird schon richtig warm von ganz drum ragen, ey. Was? Mach mal Tür auf. Bisschen kalte, frische Winterluft rein, hier. Ja... Ich... Das war's für heute. Ge-ge-ge-ge-ge-ge! Von deiner Mutter bin ich Da bist du noch zu jung, vom, das zu verstehen, mein Freund Ja, was denn bei dir los? Du hast doch an! Was? Nein, Liga, ich hab jetzt keinen Bock, noch mehr eine Aufnahme zu machen, wir müssen irgendwie viel solchen hochladen. Nein, nein, eine Millisekunde, ne? So eine fucking Millisekunde. Ja, hat er lecken, ne? Hat er locker lecken, locker lecken! Ich schwöre, Alter! Ich schwöre es dir, Junge! Fickt eure Mütter! Sechs Punkte, Digga, was ist los? Ja, weiß ich auch nicht, Mann! Ich treff einfach mal nichts bei euch, ich hab nur so hässliche Kinder bei euch! Ja, Nuller kommt da wieder! Ich bin ein Däne! Däne! Gibt's überhaupt Däne? Was ist das für ne Schütze? Ey, sag mal, was ist das? Oh, Alter! Mann, wie sie da alle in diesen Dänen hängen, wo sie Nades haben, ne? Diese schwulen Säcke! Säcke, Säcke meine ich. Nicht mal beleidigen kann ich mehr hier. Diese schwulen Säcke! Das war, das war obern-bayerisch. Keine Ahnung. Ja, Sie, Karu! Ja! Na klar, na klar, krieg ich direkt drüber! Gah! Gäh! Gäh! Alter, steh nicht mal drin, lass da! Alter! Wo steh ich hier so ne gute Locker? Ja, ne... Was ist'n mit euch, ihr Hässlons? Allesamt, alsat ihr Hässlons, Alter! Allesamt, alsat ihr Hässlons, Alter! BAM ins Gesicht hab ich dich gefickt alter Nein weißt du nicht Wie kann man sich denn daran festziehen Ja ich treff die Dinger einfach gar nicht Leute drück ich erstmal E zum Nachladen Weißt du, Style und so Ja was ist denn mit dir los Du hast doch an du hässliches Kind Nice aim Digga nix Du hast schon 3000 Punkte dir und suchtest doch nix anderes Aber du dir keine Spiele leisten kannst Deswegen spielst du Betas und und lol Ja das glaube ich dir Digga so siehst doch aus So siehst doch aus 3-0 easy Ja weg alter Junge Neue Map neues Glück Junge Fickt eure Mütter Ich hab keinen Bock mehr Noch ein letztes Wort Ich hab keine Wort